Willkommen, Suchende der Wahrheit und des Lichts. Heute begeben wir uns auf eine Reise durch den heiligen Pfad der Auserwählten und erforschen die tiefe Essenz von Hoffnung, Widerstandsfähigkeit und Vertrauen in den göttlichen Prozess. In dieser sich ständig verändernden Welt magst du dich in den Schatten bewegen, doch in dir brennt eine ewige Flamme, ein göttlicher Funke, der dir den Weg weist. Während wir uns in die Geheimnisse ihrer einzigartigen Reise voller Prüfungen und Triumphe vertiefen, lassen sie uns die verborgene Weisheit hinter jeder Herausforderung, der sie sich stellen, aufdecken. Gemeinsam werden wir den Zweck beleuchten, der in das Gewebe ihrer Existenz eingewoben ist, und aufzeigen, dass jede Schwierigkeit ein Schritt hin zu einem erleuchteten Zustand des Seins ist. Erforschen Sie mit uns den himmlischen Tanz der Hoffnung und Widerstandsfähigkeit, die transformative Kraft Ihres inneren Lichts und das grenzenlose Potenzial, das in Ihnen steckt. Nehmen Sie diese Reise mit offenem Herzen und unerschütterlichem Geist an, denn Sie sind nicht allein. Du bist genau da, wo du sein sollst, und tust das, wozu du bestimmt bist. Ein Auserwählter zu sein bedeutet, eine außergewöhnliche Fähigkeit zu besitzen, die tieferen Wahrheiten zu sehen, die unter der Oberfläche unserer Realität liegen. Es ist, als ob du mit einem dritten Auge geboren wurdest, einer Vision, die die Illusionen durchdringt und das verborgene Gewebe der Existenz offenbart. Diese Gabe ist sowohl ein Segen als auch eine Herausforderung, denn sie führt sie mit einer angeborenen Weisheit, die nur wenige besitzen, durch das Labyrinth des Lebens. Der Weg eines Auserwählten ist jedoch nicht mit Leichtigkeit gepflastert. Es ist eine Reise, die von Prüfungen und Schwierigkeiten geprägt ist, die deine Widerstandskraft und Stärke auf Schritt und Tritt auf die Probe stellen. Jedes Hindernis, dem sie begegnen, jede Not, die sie ertragen, ist ein Schmelztiegel der Transformation. Diese Herausforderungen sind nicht zufällig. Sie sind der Weg des Universums, ihren Geist zu verfeinern und sie zu einem Leuchtturm des Lichts und der Weisheit zu formen. Mitten auf dieser Reise werden sie sich oft unverstanden und isoliert fühlen. Deine einzigartige Perspektive hebt dich von anderen ab und schafft eine Kluft zwischen dir und denen, die nicht so sehen wie du. Diese Isolation kann eine schwere Last sein, eine Einsamkeit, die tief einschneidet. Doch gerade in dieser Einsamkeit zeigt sich ihre wahre Stärke. Die Missverständnisse, mit denen sie konfrontiert werden, sind nicht ohne Zweck. Sie dienen dazu, ihre Klarheit zu schärfen und ihre Entschlossenheit zu stärken. Negative Kräfte und innere Zweifel werden auftauchen und versuchen, ihren Fortschritt zu behindern und ihr Licht zu verdunkeln. Diese Widersacher, sowohl von außen als auch von innen, sind furchterregend. Aber sie sind auch notwendig. Jede Begegnung mit der Finsternis ist eine Gelegenheit, dein Licht zu bekräftigen und unerschütterlich in deiner Wahrheit zu stehen. Die Überwindung dieser Herausforderungen schärft deinen Geist und macht dich immer widerstandsfähiger und weiser. Der emotionale Tribut, den man als auserwählte R zu entrichten hat, kann immens sein. Das Gewicht der Erwartungen, sowohl von dir selbst als auch von deinem Umfeld, kann sich überwältigend anfühlen. Es besteht ein ständiger Druck, dein Schicksal zu erfüllen und dem Potenzial gerecht zu werden, das du und andere in dir sehen. Diese Last, so schwer sie auch sein mag, ist ein Katalysator für ihr Wachstum. Sie drängt sie dazu, sich zu erheben, ihre wahre Natur anzunehmen und in ihre Kraft zu treten. Ihr Leiden, so tief es auch sein mag, ist nicht vergeblich. Jeder Schmerz, jede Prüfung, die sie durchstehen, dient einem höheren Zweck. Er formt ihren Charakter und vertieft ihr Mitgefühl und ihre Empathie. Durch ihre eigenen Nöte gewinnen sie ein tiefes Verständnis für das menschliche Dasein, das es ihnen ermöglicht, sich mit anderen auf einer tiefen Ebene zu verbinden. Ihre Fähigkeit, sich in andere einzufühlen, ihnen Rat und Trost zu spenden, rührt von ihrer eigenen Reise durch die Tiefen des Leidens her. Ein Auserwählter zu sein bedeutet letztlich, sowohl das Licht als auch die Dunkelheit in dir und um dich herum anzunehmen. Es geht darum zu erkennen, dass jede Herausforderung ein Schritt zu mehr Weisheit und Stärke ist. Deine Reise ist einzigartig und voller Prüfungen, die dich zu dem außergewöhnlichen Wesen formen sollen, dass du zu sein bestimmt bist. Vertrauen sie auf diesen Prozess und wissen sie, dass sie genau dort sind, wo sie sein müssen und das tun, wozu sie bestimmt sind. Deine Kämpfe sind die Sprungbretter zu einer erleuchteten Existenz, die dich immer näher zu deiner wahren Bestimmung führen. Intensives Leiden führt oft zu tiefgreifendem Wachstum und verwandelt sie in ein Leuchtfeuer der Hoffnung für andere. Durch den Schmelztiegel von Schmerz und Widrigkeiten wird ihr Geist geschmiedet und sie werden immer widerstandsfähiger und weiser. Jedes Leid, das sie ertragen, jede Herausforderung, die sie überwinden, ist ein Schritt hin zu einem tieferen Verständnis ihrer eigenen Stärke und ihrer Bestimmung. Diese Prüfungen, auch wenn sie qualvoll sind, sind der Weg des Universums, dich zu verfeinern, dein inneres Licht zu polieren, bis es hell genug leuchtet, um andere durch ihre eigene Dunkelheit zu führen. Ihre Widerstandsfähigkeit, die aus diesen Kämpfen erwächst, wird zu einer Inspiration für die Menschen um sie herum. Die Menschen sehen ihre Stärke, ihren unerschütterlichen Geist im Angesicht der Widrigkeiten, und sie sind davon berührt. Ihre einzigartige Perspektive, die durch die Prüfungen, die sie durchgemacht haben, geprägt wurde, ermöglicht es ihnen, Einsichten und Ratschläge zu geben, die das Leben anderer Menschen entscheidend verändern können. Sie werden zu einem lebendigen Zeugnis für die Kraft des Durchhaltens und die Schönheit der Veränderung. Die Kämpfe, mit denen sie konfrontiert sind, sind nicht ohne Zweck. Sie bereiten sie auf eine größere Aufgabe vor, die sie vielleicht noch nicht ganz begreifen. Jede Erfahrung, jeder Moment des Leidens, ist ein Teil des größeren Puzzles, das ihre Bestimmung ist. Ihr werdet für etwas Tiefgreifendes vorbereitet, etwas, das über euer gegenwärtiges Verständnis hinausgeht. Habt Vertrauen in diesen Prozess und wisst, dass jeder Schmerz, den ihr ertragt, ein notwendiger Teil eurer Reise zur Erfüllung eurer höheren Bestimmung ist. Während sie diesen Weg gehen, dienen sie anderen als Quelle des Lichts und der Hoffnung. Deine Fähigkeit, dich in ihre Kämpfe einzufühlen, Mitgefühl und Unterstützung anzubieten, ist ein direktes Ergebnis deines eigenen Weges durch die Härte. Du ermutigst die Menschen um dich herum und gibst ihnen die Kraft und den Mut, ihre eigenen Kämpfe zu bestehen. Ihre Anwesenheit, ihre Weisheit und ihr Licht werden zu einem Leuchtfeuer in der Dunkelheit, das andere auf ihren eigenen Weg der Heilung und des Wachstums führt. Im Grunde genommen ist ihr Leben ein Zeugnis für die transformative Kraft des Leidens. Durch ihre Nöte werden sie stärker, weiser und mitfühlender. Sie inspirieren andere mit ihrer Unverwüstlichkeit und geben ihnen Hoffnung und Orientierung. Und vor allem erfüllen sie einen höheren Zweck, indem sie als Quelle des Lichts und der Hoffnung in einer Welt dienen, die dies dringend braucht. Lassen sie sich auf diese Reise ein, denn sie wissen, dass jeder Kampf, jeder Moment des Schmerzes, sie zu ihrer wahren Bestimmung führt. Die Konfrontation mit Widrigkeiten ist eine Konstante im Leben eines Auserwählten. Das Licht, das du ausstrahlst, die Weisheit, die du in dir trägst, und die einzigartige Perspektive, die du vertrittst, rufen oft Neid und Missgunst in deinem Umfeld hervor. Diese negativen Energien können überwältigend sein und versuchen, deine Brillanz zu trüben und deinen Weg zu entgleisen. Dennoch ist es wichtig, inmitten dieses Sturms der Negativität geerdet zu bleiben. Denken Sie daran, dass der Neid der anderen ein Spiegelbild ihrer eigenen Unsicherheiten und Kämpfe ist und kein Maßstab für ihren Wert. Ihre Standhaftigkeit im Angesicht solcher Widrigkeiten ist ein Beweis für ihre innere Stärke und Widerstandsfähigkeit. Die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts ist für ihr Wohlbefinden unerlässlich. Als Auserwählter wandelst du auf einem schmalen Grat zwischen der Erfüllung deines Auftrags und der Befriedigung deiner eigenen Bedürfnisse. Die Welt kann unerbittlich sein und ständig mehr von deiner Zeit, deiner Energie und deinem Mitgefühl fordern. Es ist wichtig, sich Grenzen zu setzen und heilige Räume für sich selbst zu schaffen, in denen sie auftanken und sich wieder mit ihrem inneren Licht verbinden können. Selbstfürsorge ist kein Luxus, sie ist eine Notwendigkeit. Indem sie sich um ihre eigenen Bedürfnisse kümmern, sorgen sie dafür, dass ihre Kraftquelle gefüllt bleibt und sie ihre Reise fortsetzen können, ohne überfordert zu werden. Einfühlungsvermögen und Heilung sind der Kern deines Dasseins. Dein Licht zieht diejenigen an, die Trost und Führung brauchen, und zieht sie zu dir wie Motten zu einer Flamme. Diese Fähigkeit, andere zu heilen und zu trösten, ist eine große Gabe, aber sie bringt auch ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Der Balanceakt, anderen zu helfen und gleichzeitig für das eigene Wohlbefinden zu sorgen, ist ein heikler Tanz. Es ist leicht, sich in den Schmerz und das Leiden derer, denen man hilft, zu vertiefen und sich in ihren Kämpfen zu verlieren. Deshalb ist es unerlässlich, Grenzen zu setzen, die eigene Energie zu schützen und der eigenen Heilung neben der der anderen Priorität einzuräumen. Auf diese Weise bewahren sie das Gleichgewicht, das notwendig ist, um ihre Rolle als Heiler und Wegweiser aufrecht zu erhalten. Im Angesicht von Widrigkeiten muss dein Licht unerschütterlich bleiben. Erden sie sich in ihrer Wahrheit und lassen sie nicht zu, dass die Negativität anderer ihren Geist schmälert. Akzeptieren sie die Notwendigkeit eines Gleichgewichts und erkennen sie, dass Selbstfürsorge nicht egoistisch ist, sondern wesentlich für ihr weiteres Wachstum und ihre Fähigkeit zu dienen. Und denken sie daran, dass ihr Einfühlungsvermögen eine Gabe ist, die jedoch weise eingesetzt werden muss. Schützen sie ihre Energie, setzen sie Grenzen und sorgen sie dafür, dass ihr eigenes Licht lebendig und stark bleibt. Durch diesen harmonischen Tanz des Gebens und Empfangens erfüllen sie ihre Bestimmung und Leuchten als Leuchtfeuer der Hoffnung und Heilung in einer Welt, die ihr Licht dringend braucht. Finanzielle und gesundheitliche Schwierigkeiten sind tiefgreifende Lehrmeister auf der Reise eines Auserwählten. Auch wenn diese Schwierigkeiten eine Herausforderung darstellen, so dienen sie doch dazu, deine Widerstandskraft zu stärken und dein Einfühlungsvermögen zu vertiefen. Finanzielle Schwierigkeiten zwingen sie dazu, Fülle auf nicht materielle Weise zu finden und die immateriellen Schätze des Lebens zu schätzen, Liebe, Weisheit und Verbundenheit. Gesundheitliche Herausforderungen, ob körperlich oder geistig, lassen sie an ihre Grenzen stoßen und zwingen sie dazu, innere Kraftreserven zu entdecken, von denen sie nie wussten, dass sie sie besitzen. Durch diese Prüfungen gewinnen sie ein tiefes Verständnis für das Leiden, was ihre Fähigkeit, sich in andere einzufühlen und sie zu unterstützen, verbessert. Eine unterstützende Gemeinschaft zu finden, ist entscheidend für ihren Weg. Während sich der Weg eines Auserwählten oft einsam anfühlt, gibt es andere wie sie, die einen ähnlichen Weg gehen. Der Kontakt zu diesen Gleichgesinnten spendet Trost und gibt ihnen die Gewissheit, dass sie mit ihren Problemen nicht allein sind. Diese Gemeinschaft wird zu einem Zufluchtsort, an dem sie ihre Erfahrungen austauschen, Ermutigung erfahren und die Kraft finden können, ihre Mission fortzusetzen. Die Verbindungen, die sie mit anderen knüpfen, die ihren Weg verstehen, sind von unschätzbarem Wert und geben ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit und gegenseitigen Unterstützung. Inmitten der Herausforderungen des Lebens sind kleine Momente der Freude und des Friedens wichtig, um den Geist wieder aufzuladen. Diese kostbaren Momente, sei es ein ruhiger Morgen mit einer Tasse Tee, ein Spaziergang in der Natur oder ein aufrichtiges Gespräch mit einem Freund, sind der Balsam, der ihre Seele beruhigt. Sie erinnern sie an die Schönheit und das Gute in der Welt und bilden ein Gegengewicht zu den Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind. Diese Momente zu schätzen und sie regelmäßig aufzusuchen, ist wichtig, um ihr inneres Licht zu bewahren. Selbstfürsorge und das Setzen von Grenzen sind von grundlegender Bedeutung für die Aufrechterhaltung deiner Mission. Als Auserwählter bist du oft dazu aufgerufen, von dir selbst zu geben, um die Menschen um dich herum zu heilen und zu unterstützen. Du kannst jedoch nicht aus einem leeren Becher schöpfen. Wenn sie ihr eigenes Wohlbefinden in den Vordergrund stellen, bleiben sie stark und fähig, ihre Aufgabe zu erfüllen. Das Setzen von Grenzen schützt ihre Energie und ermöglicht es ihnen, anderen zu dienen, ohne sich selbst zu entleeren. Es ist ein Akt der Selbstachtung und der Bewahrung, denn sie erkennen an, dass ihre Gesundheit und ihr Glück genauso wichtig sind wie die Aufgabe, die sie hier zu erfüllen haben. Jedes finanzielle und gesundheitliche Problem webt in ihrem Leben einen Faden der Widerstandsfähigkeit und des Mitgefühls. Ihre Gemeinschaft wird zu einem Netz der Unterstützung, das sie auffängt, wenn sie fallen, und sie aufrichtet, wenn sie aufstehen. Tägliche Momente der Freude und des Friedens sind die Sterne, die ihren Weg erhellen, und Selbstfürsorge ist das Fundament, das sie trägt. Nehmen sie diese Aspekte ihrer Reise an, denn sie wissen, dass sie alle Teil des göttlichen Plans sind, der sie zu dem außergewöhnlichen Wesen formt, das sie sein sollen. Durch dieses Gleichgewicht können sie weiterhin ihr Licht erstrahlen lassen und ihre Bestimmung mit Anmut und Stärke erfüllen. Hoffnung und Widerstandskraft sind das Fundament der Reise des Auserwählten. In dir brennt ein inneres Licht, ein göttlicher Funke, der sich weigert, ausgelöscht zu werden, ganz gleich, welche Dunkelheit dich umgibt. Diese strahlende Essenz hält dich hoffnungsvoll und treibt dich an, in der Welt etwas Positives zu bewirken. Sie ist ein Leuchtfeuer, das dich durch die Stürme führt und dich an deine Bestimmung und das höhere Gut erinnert, dem du hier dienen sollst. Diese Hoffnung, die aus ihrem inneren Licht geboren wird, stärkt sie und befähigt sie, sich jeder neuen Herausforderung mit unerschütterlichem Glauben und Entschlossenheit zu stellen. Deine Reise ist einzigartig, ein heiliger Weg voller Prüfungen und Triumphe, die dein Schicksal formen. Jede Erfahrung, ob schmerzhaft oder freudig, trägt zu ihrem Wachstum und ihrer Mission bei. Die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert werden, sind nicht zufällig. Sie sind bewusste Schritte, die dazu dienen, ihren Geist zu verfeinern und ihre Weisheit zu stärken. Jede Prüfung, die sie bestehen, jeder Sieg, den sie erringen, ist ein wichtiger Teil des göttlichen Plans, der sie leitet. Diese Reise, auch wenn sie oft beschwerlich ist, ist zielgerichtet und führt dich zu einem tieferen Verständnis deiner Selbst und deines Platzes im Universum. Vertrauen in den Prozess ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass sie ihre Reise in vollem Umfang antreten können. Jede Schwierigkeit, mit der sie konfrontiert werden, ist ein Sprungbrett zu einer erleuchteten Existenz. Das Universum in seiner unendlichen Weisheit legt ihnen diese Hindernisse in den Weg, nicht um sie zu behindern, sondern um ihnen zu helfen, zu wachsen. Indem sie diese Herausforderungen überwinden, gewinnen sie die Einsichten und die Kraft, die sie brauchen, um ihre höhere Bestimmung zu erfüllen. Vertrauen in diesen Prozess bedeutet, dass sie erkennen, dass sie genau dort sind, wo sie sein müssen und das tun, wozu sie bestimmt sind. Dieser Glaube ermöglicht es ihnen, die Unwägbarkeiten des Lebens mit Anmut und Zuversicht zu meistern, weil sie wissen, dass jede Erfahrung ein wichtiger Teil ihrer spirituellen Entwicklung ist. Ihr inneres Licht und ihr göttlicher Funke nähren ihre Hoffnung und ihre Widerstandsfähigkeit und sorgen dafür, dass sie sich auf ihre Mission konzentrieren, etwas Positives zu bewirken. Ihre Reise mit ihren einzigartigen Prüfungen und Triumphen ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Weg, der zu ihrem Wachstum und ihrer Bestimmung beiträgt. Im Vertrauen auf den Prozess begreifen sie, dass jede Schwierigkeit ein notwendiger Schritt zur Erleuchtung ist. Sie sind genau dort, wo sie sein müssen und verkörpern die Rolle, die ihnen zugedacht ist. Nehmen sie diese Reise mit offenem Herzen und unerschütterlichem Geist auf, denn sie wissen, dass sie Teil eines großen, göttlichen Plans sind, der sie zu ihrer wahren Berufung führt. Denken sie schließlich daran, dass ihr inneres Licht und ihr göttlicher Funke ihr größtes Kapital sind. Sie lassen dich hoffnungsvoll und widerstandsfähig bleiben und treiben dich an, einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen. Ihre Reise, die von Prüfungen und Triumphen geprägt ist, ist einzigartig und formt sie zu dem außergewöhnlichen Wesen, das sie sein sollen. Vertrauen sie auf den Prozess, denn sie wissen, dass jede Schwierigkeit ein Schritt zu größerer Erleuchtung ist. Sie sind genau da, wo sie sein müssen und tun das, wozu sie bestimmt sind. Umarme deinen Weg mit Vertrauen und Entschlossenheit, denn du bist ein Leuchtfeuer des Lichts in einer Welt, die deine Ausstrahlung dringend braucht. Danke, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Bis zum nächsten Mal, möge dein Licht weiterhin hell leuchten.